Hey, Kilian, was geht ab? Ähm, Dings, willst du dich vielleicht doch verlängern? Also, 2000, also willst du nicht... Ich soll hierbleiben? Mit wem soll ich denn zusammenspielen, sag mal? Messi? Ach nee, der ist ja weg. Neymar? Ach nee, den wollt ich auch verkaufen. Verratti? Ach, den wollt ich auch verkaufen. Miss. Mit wem soll ich spielen? Mit Juan Bernhard? Spiel mal selber, ehrlich, spiel mal selber. Wenn du mir denn Ansagen drücken willst, spiel selber. Hör mal zu, Kilian, okay? Ganz ruhig, okay? Nichts überstürzen, unsere Einschaltkoten sind schon im Keller. Nachdem Messi gegangen ist, ja? Wenn du gehst, guckt uns keiner mehr! Bitte bleib! Sounds like you problem to me, jetzt ist nicht mein Problem, Brun. Ein Jahr habt ihr mich noch, ein Jahr. Max, dann bin ich aus diesem Knast hier raus, Brun. Ha! Ich ruf Palace an. Okay, ich muss Palace anrufen. Dann sollen wir ihn wenigstens dieses Jahr kaufen, nur nicht nächstes Jahr, damit ich noch ablösen kann. Hä? Was soll der denn? Hallo? Hey, Palace, was geht ab, ne? Ding, wollt ihr vielleicht Kilian dieses Jahr schon haben? Ah, so, also, jetzt würdest du verkaufen, jetzt würdest du loswerden. 150 Mille, der Deal ist dann. Ich geb ihn dir. Expresslieferung, Bruder. Ich geb dir 80 und keinen Cent mehr, 80 Mille. 80? Für 80 kriegst du Juan Bernhard, was für 80? Bruder, zwei Sachen. Kannst du dein letztes Jahr ein, Mann? Sehr gut, Karma sag ich nur. Zwei? Und du nicht willst, hol ich ihn nächstes Jahr umsonst. Ein Jahr kann ich mit Roselou vorne leben. Ja, okay, mach, mach fertig den Scheiß. Komm, ich schuze. Fuck!